Ich kann diese verschissene Runde doch gerade wieder aufgeben. Bonnie, wo bist du? Kannst du bitte mal meine Löcher erweitern? Wenn das erste direkt bei mir liegt, kommt sie... Ich komme lieber mal unten lang, weil ich behindert bin. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu The Joy of Creation Reborn. Wir spielen nun Bonnie. Ihr habt es richtig gesehen. Freddy haben wir easy, easy blatt gemacht. Und von daher legen wir einfach mal los. Ich hoffe, dass es richtig crikey wird. Und, ähm, ja. Und dann geht's im Basement. Ignited Bonnie. Ohne. Im Basement. Wir haben nur 5 Sekunden Zeit. Das ist doch fach, Mann. Nee, es ist auch so. Nee, es ist auch so. Okay, egal. Ich war ja früher immer Profi im Freddy sein. Spielen. Oh Gott. Ich hab dich gehört, du Dib. Aha, ich hab's schon. Hat sich erledigt. Oh, ich kann's nicht aufheben. Da kommt, da kommt, da kommt. Er, sie ist. Bonnie ist ja doch eher ein Mädchen, ne? Okay, wir haben schon... Scheiße, gibt's hier viele Sackgassen. Boah, wie eklig. Fuck, da drüben läuft RCS. Wir sagen einfach mal, sie, okay? Nein! Oh mein Gott. Ah, fuck! Oh Gott. Fuck, es geht schon wieder los. Lüg doch nicht. Denk dann, Bonnie ist weiblich. Hab ich eben bestimmt. Ich bin ja Professor für Weiblichkeit. Und ich kenn mich da doch deutlich aus. Also, und falls auch eine Frau sich nicht ganz klar ist, welche... Also, wie weiblich sie ist. Ich könnte gerne bei mir vorbeikommen. Nackt. Ich kann das ohne Probleme ertasten, wie... Wo die Weiblichkeit sich verbirgt. Was ist hier los? Wo, wo? Ich hab noch nichts. Eins. Super. Ich bin so erfolgreich. Ich find's deutlich schwieriger. Ich find's ein bisschen blöd, dass man failen kann. Kann ich mit Escape? Wisst ihr, ich möchte einfach neu starten. Ich will mich nicht jedes Mal auffressen lassen. Mit vorangeschrittener Lautstärke am Kopf ist es schlimmer. Aha! Depp! Hab dich! Es sind so viele Sackgassen. Wie eklig. Also, scheinbare Sackgassen. Okay. Da ist sie schon. Nein. Oh, fuck. Fuck, Mann! Scheiße! Das kann nicht sein, Mann. Komm jetzt. Hopp. Merk dir jetzt, wo der... Wo war das? Wo war gerade eben dieses... Ach, Mann! Okay, 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 okay. Ja! So, sieht's nämlich aus. Wir haben erst eins. Eins. Ah, wir haben zwei. Okay, okay. Piss dich, Mann. Da ist es schon. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße. Nein! Nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Jedes Mal diese scheiß Schreierei, Mann! Äh, die kann besser hören als Freddy. Ohne Witz. Die kommen von weit... Was für eine widerliche Sackgasse schon wieder. Die kommen von voll weit weg angerannt, weil sie mich riecht oder so. Keine Ahnung. Ich meine, natürlich hätte ich in so einer Situation starken Durchfall. Und der wird man auch weit riechen. Das ist klar. Nein. Nein. Nein, du hast mich nicht gehört, Mann! Geh einfach weg. Oh. Oh Gott. Okay, okay, okay. Okay, okay. Da war noch was. Nein. Die Zeit ist abgelaufen. Ach, leck mich doch! Können wir irgendwie zum Menü gehen? Ah, quit your menu. Ich lasse mich die Zähne nicht mehr mit Absicht fressen. Bip. Also, wenn die Zeit mir abläuft. Weil diese... Alter. Ich werde eh oft genug gefressen. Ich finde das viel gruseliger als das Erste, was ich da gespielt habe. Was ist los? Ähm. I can't move. I can't move. I can't... Oh, jetzt. Klasse. Klasse, Mann. Direkt mal 10 Sekunden verschenkt. Alter, das kann ich sowas von abhaken. Ha! Gut, 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 gut. Ich muss mir nur die Map merken. Hör auf, so dreckig zu lachen. Aha. Oh, oh. Okay, okay. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ja! 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 Nur noch eins! Oh Gott. Nur noch eins! Vier Sekunden! Komm schon! Drei! Nein! Wenn man so Schiss hat, ist es aber auch sau schwierig, sich das irgendwie richtig einzuprägen. Pass auf. Ich gehe erst nach rechts, dann gehe... Ah, das ist doch schon wieder falsch! Okay, okay, okay. Es gibt wohl mehr wie fünf Objekte, oder? Pass auf. Wir haben jetzt schon zwei. Drei fehlen nur noch. Ne, ich gehe nicht da lang. Ja! Okay, okay, okay. Nur noch zwei. 30 Sekunden Zeit. Gar keine Probleme. Renn, renn, renn noch. 25 Sekunden! Lauf! Ach komm, warum ist jetzt hier nichts mehr? Das gibt's doch gar nicht. Komm, nein! I need this shit! Zwei Stück noch. Hallo, da bist du ja schon, mein Schatz. Fuck, Mann! Ich schaff's jetzt. Ich schaffe jetzt diese verschissenen fünf Dinger, Mann. Geht alle aus dem Weg. Ich gehe links. Okay, dann rechts. Blöde Idee, ist das der Weg, den ich vorhin... Ha, war ein guter Plan. War ein guter Plan. Ich muss hier echt schon den Kopf schütteln. Gut. Die Poster scheinen hier immer gleich zu sein. Ja! Nur noch zwei, nur noch zwei! Komm! Na, 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 na. Na, 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 na. Drei Sekunden, verdammte Scheiße! Jetzt geh mal links, Bonnie, du verschissene Warze! Du kannst nie im Leben uns überlegen sein. Da läuft sie schon. Fuck, 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 fuck. Okay, okay, alles gut. Easy. Und um die Ecke. Ja! Was ist das? Sehr gut, Telefon. Da kann ich direkt die Polizei errufen. Hallo, hallo, 110. Ich hab da ein Bub, die mich fistet jedes Mal. Haben wir es schon mit Außen einschalten versucht? Nee. Ich trau mich nicht. Ja, nur noch eine Sache. Bonnie, da muss ich doch gerade hin, wo du läufst. Ist mir egal. Ist mir nicht egal! Ist die so scheiße schnell? Es kann doch nicht jedes Mal sein, dass die mich mit ihrem gültenden Powerfist allein umhauen. Also wirklich, jetzt laufe ich so... Ich laufe schon in ihre Richtung. Ich finde sie halt auch echt attraktiv, ne? Ich bin ja jemand, der zu Dingen hingezogen ist und so eine Bonnie. Ich sag's euch, Leute, da wird mir richtig... Da krieg ich richtig zittrig Knie. Wenn ich seh, wie die da rumstolziert, ja? Das ist schon wirklich ihr Wari-Bracht. Krieg ich direkt ein Harte. Der wird direkt knüppelhart wieder. Auch die Eier. What? Dude. Ich kann diese verschissene Runde doch gerade wieder aufgeben. Bonnie, wo bist du? Kannst du bitte mal meine Löcher erweitern? Wer ist für den nächsten Such? Find ich sie nicht, Bonnie? Naja, komm, Neustart. Konzentration jetzt, Leute. Es ist wirklich schlimm mit euch. Wie ihr euch überhaupt nicht konzentrieren könnt. Gut, sie startet immer am gleichen Ort, ne? Die Bonnie. Irgendwo. Ja. Nice. Nice. Da ist irgendwas. Telefon, okay. Ja. Komm, noch zwei. Ja. Eins. Ach, dieser scheiß Raum. Zum 80. Mal lauf ich da rein. In voller Hoffnung, was zu finden. Und was finde ich? Enttäuschung. Eine herbe Enttäuschung. Komm, bitte. Fünf. Warum ist hier denn nichts? Ach, Mann. Nein, da war was. Leck mich doch am Arsch, Mann. Leute, ich spüre, dass jetzt wird's was. Okay, sehr gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Die erste Sache ist erledigt. Passt auf. Wo bin ich gerade eben langgelaufen? Da ist das Telefon. Aber ich bin nicht wieder zurückgegangen. Ja, ich glaube, ich bin dann wieder zurückgegangen. Halt. Scheiße, jetzt ist doch sonst das blöde Poster. Jetzt ist es nicht da. Oh. Und da kommt sie. Super. Sie ist bereit, mein Anus zu resisen. Ja. Oh, oh. Du kommst daraus aber nicht hierher. Gut, gut, gut. Failed. Oh, komm schon. Endgültig jetzt. Wir machen das easy. Da ist... Sag bloß, das habe ich vorhin direkt am Anfang vergessen. Ich bring mich um. Ohne Witz. Ich habe das vorhin scheinbar sofort am Anfang nicht mitgenommen. Den Scheiß. Das finde ich schon wirklich sehr dreist von mir. Ja. Ja, das Poster ist da. Noch eine Sache. Wir haben nur noch eine Sache. 26 Sekunden. Eigentlich eine halbe Ewigkeit. 15. Nein! Oh Gott, wie sie los spottet! Oh mein Gott. Er kommt nicht da. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Ich stelle mich jedes Mal in die Ecke und sie... Mir wird schon so ein bisschen warm in meinem Studio hier, ne? Wartet, hier ist die... Ah, jetzt liegt sie nicht da. Natürlich, warum auch? Gut, gut. Ich muss hier leise laufen, sonst hört sie mich. Ich hatte hier vorhin schon drei Dinge. Das kann ich doch schon wieder vergessen. Das kann ich doch schon wieder an den Hut... Oh. An den Hut hängen. An den Nachlhängen meine ich. An den Hut hängen? What? Komm, komm. Nein! Es scheint unmöglich zu sein, aber Captain Unglaublich wird es schaffen. Das sind die Abenteuer von Captain Unglaublich und seinen überquellenden Rieseneiern. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Die kann mich doch nicht immer noch riechen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt wäre ich echt vom Glauben abgefallen, wenn die alles noch hinter mir hergerannt wäre. Nein! Sarkasse! Nein! Fick dich doch! Du kannst nicht im Leben so schnell seit mich! Ich bin nämlich Usenbolt! Du bist ein Black-Renner! Aha! Hat sie gedacht, sie kann mich ficken, ne? Du bist nicht immer noch hinter mir her. Ne, oder? Ich bin doch schon langsam. Sehr gut. Sieben Sekunden für zwei Dinger. Ey, das kann ich so vergessen. Ich war die ganze Zeit abgelenkt mit Wegrennen. Das Spiel macht super Spaß, ne? Das ist, das macht Laune. Die ist höchst, äh, gut. Okay, wisst ihr was? Doch, ich weiß was. Passt auf, passt auf. Ich gehe hier lang, ne? Ja, schon mal in eine Sackgasse rein. Aber der Weg ist super. Du, ne, der Weg ist ja ziemlich vegan. Poster? Nee. Natürlich nicht. Warum soll das Poster auch jetzt hier hängen, oder? Ich brauche es ja nicht. Fick dich doch. Spiel, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ahaha, nein! Ich wollte gerade sagen, geil, Mann. Voll verarscht und so, weißt du. Die hat nicht gewusst, so wie wir auf einmal sind. Dann sieht es uns doch. Unglaublich. Finde ich echt frech. Ja, hier ist das Erste gelegen. Perfekt. Ach, komm, du fickst mich doch jetzt gerade durch, oder? Wenn das Erste direkt bei mir liegt, kommt sie, äh, ich komme lieber mal unten lang, weil ich behindert bin. Mann! Fick dich. Und ein hässliches Gesicht. Ich bin da mal weg, de. Ich bin falsch gelaufen. Ich hab dir tot verdient. Hart. Ich leb noch, ich leb noch. Is it cause I'm fucking good? Maybe, dude? I said... Yes! Ich war einfach am Marathon-Walk hier. She's a maniac! Maniac! Hier liegt nichts. Oh fuck, das ist mein Spawn. Oh man, ich werde sterben. Wow. Super Runde, oder Leute, ne? Ich erwarte eine Fickung. Da bin ich links gelaufen, du fette Bitch, Mann. Ich bin nämlich so agil. Ne, ange... Alter, bist du schnell! Ich bin tot. Was war das? Titel, titel, titel. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ha! Fick dich doch, Mann! Bitch! Auf jeden Fall einen Daumen hoch geben für diese krasse Geschichte. Oh mein Haar. Es ist schon so leicht, ähm, famos. Yetis! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.